Der Crazy Hazel Aufstrich hat Zuwachs bekommen. Kürzlich ist im Ahead Online Shop der White Crazy Hazel Sprite erschienen. Beim Geruch des sehr cremigen Aufstrichs ist die nussige Note sehr mild. Es hat zudem auch noch einen leicht sanigen Unterton. White Crazy Hazel soll ja an die Füllung von Kinder Bueno angelehnt sein. Ob da was dran ist? Von der Konsistenz her kann man schon mal sagen, dass diese super cremig bzw. zartschmelzend beim Essen ist. Man erhält einen sahnig-süßen Geschmack, der in eine feine Haselnussnutter übergeht, die tatsächlich an Kinder Bueno erinnert. Und es ist auch genauso süß wie die Füllung. Mir persönlich ist es einen Ticken zu süß. Da hätte man ein bisschen dezent damit umgehen können. Wenn ihr Kinder Bueno mögt, dann könnte euch diese Sorte trotzdem sehr gefallen. Ansonsten kann ich nur sagen, Ahead hat mal wieder ein richtig leckeres Produkt rausgebracht.